Der Sport ist wirklich ein Spiegelbild der Welt, in der wir leben. Es gibt einen Haufen rufloser Typen. Cristiano Ronaldo droht eine Verurteilung wegen Steuerbetrugs. Wir hatten es mit einem unglaublichen Betrug zu tun. Es war, als ob der Wolf of Wall Street in den Fußball einfällt. Wir reden hier nicht über Mickey Moss, sondern es geht hier um echtes Geld. Hier ist Rui Pinto. Ich bin John, der Whistleblower von Football Leaks. Es waren mehr als 18 Millionen Dokumente. Er nahm sich alles, was er wollte, bis er verhaftet wurde. Und das ist der Typ hinter Football Leaks. Da fällt einem die Kinnlade runter. Dann explodierte die Angelegenheit förmlich. Auch wir haben beschlossen, uns anzuschließen, nicht nur als Bürger, sondern als Unterstützer. Und jetzt wollen sie sich auf den Mann konzentrieren, der die illegalen Aktivitäten aufgedeckt hat? Das Schwerwiegendste, was ihm zur Last gelegt wird, ist der Erpressungsversuch. Er passt nicht zu der Geschichte, die Rui Pinto über sich selbst erzählt. Keine Frage besteht, dass die hier aufgedeckten Geschichten dem öffentlichen Interesse dienlich waren. Macht, Politik, Geld, Korruption. Die dunkle Seite des Sports. Die dunkle Seite des Sports.